Hier noch was hin, da noch was hin. So, und dann müssen wir ja... Ähm... Wir nehmen die mal nun mal zur Übersicht weg. So. Das ist denn unsere Wand hier. Also müsste... Dahinter auch noch. Genau. Das muss natürlich auch weggehen. Alter, das ist aber sehr... Naja, brauchen wir noch ein bisschen was zu tun. Ist ja egal. Vielleicht haben wir ja Glück und wir werden belohnt mit... Dias. Das wäre ja formidabel. So, haben wir auch. Können wir hier wieder ein Stück vorgehen. Ein bisschen Dusa. Unsere Achse ist so irgendwann hier weg und dann... Dann gehen wir nach oben. Haben wir mal ein paar mehr Folgen jetzt hier unten gemacht. Ist ja nicht schlimm. Gibt ja auch ein bisschen mehr zu tun hier jetzt mit der Lava. Aber man hätte natürlich auch einen Schwenker nach links machen können. Mache ich auch ab und zu mal. Aber der Weg war jetzt noch nicht so unfassbar lang, dass man sagt... Okay, komm. Kannst du mal einen Knick machen? Kannst du doch knicken, kennst du das hier? Kann ich was trinken dabei? So. Haben wir das? Haben wir das? Haben wir das? Haben wir das? Der kommt weg. äh, den Eikies lassen wir da. Den können wir da noch hoch. So, hier kommt auf jeden Fall eine Mauer hin, eine Wand hin. Bis hier. So. So, genau, alles klar, alles klar, alles klar. Inventor, Kies, ja, geht langsam zugrunde, ne? Wir hätten hier diese Spur wollen sparen können. Aber okay. Machen wir so weit, wie wir kommen. Mit dem Kies. Ich glaube, die Spitzhacke wird länger halten. Oh, oh, oh. Einen können wir da jetzt nur, ne? Hier können wir noch einen reingehen. Hier auch. Und hier. Immer schön aufpassen. Genau, deswegen. Weil Kies lässt sich ja dann gut abbauen. Kies lässt sich ja relativ schnell abbauen. Das geht hier natürlich fix. So. Haben wir noch eine Schaufel mit? Ja. So, gut. Können wir den hier auch mal weg machen. Dann könnten wir auch... Hier weiter ziehen. Ja, das war jetzt nicht so gut. So. Machen wir den Klotz hier auch mal weg. Ja, hier wäre jetzt so eine schöne Höhlen-Playlist. Nicht schlecht, ne? Aber ich habe jetzt erstmal nur so Ambiente runtergeladen. Ähm. Ja. Und natürlich ohne Gesang, ne? Weil das nervt, ja. Mal so ein, zwei dazwischen. Wehren. Dann wäre das nicht so schlecht. Äh, nicht so schlimm. Aber... Jetzt... Okay. Das würde mir doch hier auch auf den Sack gehen. Äh, 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 äh. Die können doch hier beide schon weg. So. Hier müssen wir hier wieder ein bisschen Platz schaffen. Ja, komm. Ihr hofft doch, dass ich da einmal reinfälle, ne? Mindestens einmal hofft ihr es doch. Ich weiß es doch. Der kann auch weg. Der auch. So. Auf diese Höhe müssen wir sowieso. Das ist gut. So. Das kann dann auch raus. Das nicht. Das auch nicht. Okay. Wohin weiter geht's. Ja, das ist, äh, ne, 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 blöde Arbeit. Also ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht die schönste Arbeit, die man in Minecraft machen kann. Hier, Keys kippen. Oder Keys werfen. Schöneres. Aber ist in die Mine. Ist in die Minearbeit quasi. So, jetzt geht's doch ein bisschen voran hier. Aber hier wieder. Oh, die fuck ich jetzt mal da ran hier. Ah, die Lara gibt natürlich ein schönes Licht, ne? So, und dann kann das hier auf jeden Fall weg. Das auch. Das auch. Hm, hm. Hier noch nichts, ne? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. No, nein. Achso, okay, da muss ja da. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Keys. Also nächstes Mal, wenn wir hier reingehen, äh, brauchen wir gar nicht anfangen hier mit, äh, zwei Stacks. Weil wenn man sie immer wieder abholt, kommen ja auch immer wieder Flints raus. Wir machen hier mal ein bisschen Platz an der Decke, das ist auch nervig. Monster ist egal, wenn der eins runterfällt. Ich hoffe, wenn, denn fällt es direkt in die Lava. Ach, guck, hier haben wir doch ein bisschen Stein, das ist doch gut. Aber auch aufpassen da, weil da kann natürlich auch Lava drunter sein. Ja, 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 ja. So, dann können wir doch eigentlich mal gucken, dass wir hier, ist das, nee, hier, ne? Nee, hier müssten wir dann, genau. Also, quasi da. Dann buddeln wir das hier mal ganz kurz zu. Dann gehen wir mal, genau, von hier nach, nach da hinten durch. Also, wir gehen mal geradeaus durch und gucken. Da wird wahrscheinlich gleich irgendwo Lava kommen. Aha. Gut, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt sicher gedacht. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Naja, noch geht es mit dem Kies. Zähne haben wir noch. Den holen wir auch noch raus hier. Ja, die Ausleuchtung muss natürlich noch schön gemacht werden. Später, wenn wir den ausbauen, beim Ausbauen sollten wir den auch noch immer zügig dranbleiben, weil, ja. Ansonsten kommt es da gar nicht mehr hinterher. Machen wir hier weiter. So, weg. Weg, weg, weg. Alles weg, alles weg, alles meins. Meins, 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 meins. Das machen wir später weg. Gut, okay. Dann setzen wir hier direkt mal die Decke weiter. Und auch hier die Mauer. Steine fällen ja nicht, darum Kies ist immer gut. Dafür, die Kieße, der fällt dann runter. Gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Warum finden wir denn hier nichts Geiles? Nichts, nur Schrott. Nicht mal viel Eisen hier irgendwie, ne? Aber anscheinend ist es hier ein bisschen... Ein bisschen weniger? Ja, gut. Da hinten ist wieder mal noch ein bisschen was. Okay. Ja, jetzt haben wir noch ein Kies. Kriegen wir natürlich noch ein bisschen was weg. Aber dann hört es jetzt auch gleich wieder auf, weil da kann man jetzt gerade auch hier in einen Flint raus. Zwei haben wir noch. Und dann war es das für uns hier. So. Werden wir aber hier nochmal ein bisschen gerade machen alles. So. Ne, das hätte ja... Ne, das muss weg. Den Redstone lassen wir drin. So, dann hauen wir uns hier noch die Kohle raus. Dann gehen wir wieder nach oben. Dann brauchen wir mal ein bisschen länger hier unten drin. Auch mal nicht schlecht. Auch nicht wirklich viel weiter. Oh, wir haben Kies. Den schmeißen wir uns dann natürlich gleich nochmal schnell rein. Kann das sein, dass das Kies ist von uns? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Gut. Den verbraten wir den jetzt auch noch. Seht ihr den Kies? Ich seh den Kies nicht. Ach Gott, hier sind vier Stück. Nein. Eins, zwei, drei, vier. So. Das Vase, die Vase. Wie viele Fackeln hier aufstehen? Laufen wir hier gerade aus und trinken wir einen Schluck. Ja, viel können wir jetzt auch nicht mehr machen. Ich habe jetzt 38 Minütchen. Maximal eine halbe Stunde noch. Nicht ganz. Und dann wollte ich jetzt wieder raus sein. Wir pflücken auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was ab da oben an Knabber zurück. Können vielleicht noch beim Tierstall noch ein paar Heuballen aufstellen. Warum ist denn die Tür offen? Ich hoffe, es war uns viel. Wir sehen, warum ist denn die Türen offen? Vielen Dank.